Herzlich willkommen beim Self-Service-Tool für Printmailings der Deutschen Post. Von Zielgruppen- und Werbemittelauswahl bis zu Druckbeauftragung und Zustellung. Mit nur wenigen Klicks können Sie hier Printmailings erstellen, die Ihre Kunden aktivieren und so Ihre Conversion-Rate spürbar steigern. Die Handhabung ist denkbar einfach. Damit direkt alles schon beim ersten Mal reibungslos funktioniert, leite ich Sie kurz durch die einzelnen Schritte. Also registrieren, einloggen und schon kann es losgehen. Zuerst erscheint der Preiskalkulator. Probieren Sie hier mit verschiedenen Stückzahlen und Werbemitteln aus, welche Gesamtkosten in etwa auf Sie zukommen. Volle Transparenz zu jeder Zeit. Der angezeigte Betrag versteht sich immer inklusiver aller Service und anderen anfallenden Kosten. Starten Sie von hier aus und legen Sie eine neue Kampagne an. Wählen Sie zunächst das gewünschte Werbemittel und dann den Tag, ab dem das Mailing beim Kunden ankommen soll. Geben Sie der Kampagne einen von Ihnen gewählten Namen. Im nächsten Schritt einfach die Layout-Vorlage herunterladen und das Mailing gestalten. Oder Ihr eigenes Layout auswählen und hochladen. Fast am Ziel. Jetzt nur die Adressdatei vorbereiten, der Datenverarbeitung zustimmen und die Daten hochladen. Damit Ihre Werbebotschaft auch richtig ankommt, checken wir im Hintergrund die Adressen auf Zustellbarkeit. Dies kann einen Moment dauern. Zum Schluss noch den AGB zustimmen und schon können Sie Ihre Printkampagne beauftragen. Für ein optimales Ergebnis überprüfen Sie vor dem Absenden der Bestellung noch einmal alles auf seine Richtigkeit. Herzlichen Glückwunsch! Ihr Auftrag ist abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.